Liebe Freundinnen und Freunde, ich muss gestehen, bevor ich mich mit diesem Antrag auseinandergesetzt habe, habe ich mich nicht so viel mit dem Thema Müll beschäftigt. Natürlich habe ich, wie viele von euch, wahrscheinlich auch den toten Wal neulich gesehen. Sein Magen war mit einem Drittel voll Plastik gefüllt und er ist elendig daran gestorben. Natürlich wusste ich, dass Plastikmüll in den Ozeanen herumtreibt und ich kannte auch abstrakte Zahlen. Zahlen, mit denen ich einfach gar nichts anfangen konnte. 800.000 Tonnen Restmüll produziert Berlin im Jahr. 150 Millionen Tonnen Plastikmüll wird wohl in den Meeren vermutet. Und 311 Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr weltweit produziert. Das sind alles so Summen, die ich nicht fassen kann, von denen ich mir gar keine Vorstellung machen kann. Aber tatsächlich gerissen hat es mich, als ich mitbekam, dass die Müllstrudel in den Meeren jetzt schon Namen haben. Der Größte treibt seinen Umfug und sein Unwesen im Nordpazifik und heißt Great Pacific Garbage Patch und ist größer als Mitteleuropa. Und tatsächlich gerissen hat es mich, als mir klar wurde, dass ein Drittel aller Plastikprodukte gerade mal fünf Minuten benutzt werden, bevor sie weggeschmissen werden. Fünf Minuten, das ist vier Minuten, die Plastiktüte Gummibärchen aufreißen. Eine Minute Essen, bei mir wahrscheinlich die Bilanz. Fünf Minuten, das steht im krassen Gegensatz dazu, wie lange es dauert, bis das wieder abgebaut wird. 20 Jahre braucht diese Tüte ohne Gummibärchen jetzt und 450 Jahre braucht eine Plastikflasche. Das ist absurd und dem müssen wir jetzt ein Ende setzen. Schon früher hieß es immer bei uns Grünen, global denken, lokal handeln. Und genau damit, damit fangen wir jetzt in Berlin an. Wir machen Berlin von der Mülldreckschleuder zur müllfreien Stadt. Unser Leitbild Zero Waste werden wir jetzt verankern und jetzt umsetzen. Denn wir Grüne, wir wollen die Welt retten und das auch von Berlin heraus. Und wenn ich lese, dass jeden Tag in Berlin 20.000 Einwegbecher verbraucht werden. 20.000. Das sind 480.000 Einwegbecher am Tag. Das sind 175 Millionen Einwegbecher im Jahr. Nur in Berlin. Wenn ich das lese, dann muss ich klar sagen, dieser Irrwitz muss ein Ende haben. Und zwar so schnell wie möglich. Die Einwegbecher sind ein wirklich gutes Beispiel. Denn die braucht nämlich kein Mensch. Wirklich keine und wirklich keiner. Solch eine Müll müssen wir in Zukunft komplett vermeiden. Und deshalb haben wir auch mit der Better World Cup Kampagne etwas Neues aufgesetzt. Und ein echtes Pfandsystem in Berlin für Mehrwegbecher aufgesetzt. Und damit alle auch mitmachen können und ihr auch mitmachen könnt und keine Ausrede mehr habt, bekommt ihr solche Wehrwegbecher jetzt auch hier am Stand. Also macht mit und sagt mit uns zusammen, den Verpackungs- und Einwegwahn den Kampf an. Denn der beste Müll ist kein Müll. Und liebe Freundinnen und Freunde, macht mit ist ein zentraler Punkt, wenn es um Müllvermeidung geht. Ihr müsst mitmachen. Aber es müssen eben auch alle Berlinerinnen und Berliner mitmachen. Wir können nicht par ordre de mufti von oben her die müllfreie Stadt durchsetzen. Nein, wir brauchen da die Unterstützung aller Berlinerinnen und Berliner. Und genau deshalb fördert jetzt auch Berlin auf Druck der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen, die sich für Müllvermeidung und Wiederverwendung einsetzen, mit einer Million Euro. Und das ist zentral und wichtig, um alle mitzunehmen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, bei Müll macht eben Kleinvieh auch Mist. Und deshalb gehen wir in vielen, vielen Projekten auch hinein. Zum Beispiel fördern wir auch mit einer Million Euro nun, dass Trinkwasserbrunnen in Berlin überall aufgestellt werden. Damit die Berlinerinnen und Berliner keine Einweg-Plastikflaschen mehr kaufen müssen, sondern überall in der Stadt ihre Flasche auch wieder befüllen können. Und damit auch in Berlin, es heißt, nicht nur steter Tropfen hüllt den Stein, sondern in Zukunft auch steter Tropfen hüllt die Flasche. Und wir ganz nach Florio und Frey sagen können, ein Leben ohne Müll ist sinnvoll, er ist möglich und sinnvoll. Liebe Freundinnen und Freunde, entscheidend ist, dass wir den Restmüll dramatisch reduzieren und herunterfahren. Das war, ist und bleibt unser Anspruch, gerade weil auch immer mehr Menschen in Berlin leben. Und dafür ist es zentral, dass alles, was noch benutzt werden kann und was repariert werden kann, auch weiter genutzt und repariert wird. Dazu werden wir auch die Berliner Stadtreinigung und das Berliner Sperrmüllwesen umbauen. Wir werden ein Gebrauchtwarenhaus errichten und werden dort ermöglichen, dass alte Gegenstände wieder neue Nutzerinnen und Nutzer finden. Denn was der eine vielleicht nicht mehr braucht, das ist für die andere gerade richtig. Ob Menschen, ob Menschen wirklich wiedergeboren werden können, das wissen wir nicht. Aber bei Gegenständen, bei Gegenständen, da geht das. Da geht die Wiederauferstehung. Und das müssen wir, da muss man nicht mal dran glauben. Das muss man einfach machen. Und wir machen jetzt diese Wiederauferstehung. Applaus Es ist entscheidend, dass wir die BSR hier neu aufstellen und als einen Partner für die ganze Stadt frei von Müll machen. Und ich darf mich hier auch mal explizit bei unserer Wirtschaftssenatorin Ramona Popp bedanken. Ramona, als Aufsichtsratsvorsitzende der BSR beweist du wirklich, wie man so ein Unternehmen mitnimmt in eine moderne und ökologische Zeit. Dafür Chapeau. Und das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig. Nicht nur beim Sperrmüll, sondern ganz besonders auch bei der flächendeckenden Einführung der Biotonne. Hier müssen wir nun ran. Denn wenn wir den organischen Abfall nicht aus der Restmülltonne bekommen, ist unser Leitbild von Zero Waste nicht zu machen. Noch immer, noch immer liegt der Anteil der Organik im Restmüll bei 40 Prozent. Das ist ein Irrwitz. Und das, das werden wir nun ändern. Wir werden die Biotonne endgültfrei einführen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass da Mehrkosten entstehen werden. Und diese Mehrkosten, die müssen wir so umlegen, auf den Restmüll umlegen, dass ärmere Haushalte nicht über Gebühr belastet werden und dass sich Mülltrennen finanziell endlich wieder lohnt. Liebe Freundinnen und Freunde, wer von der Bioabfalltonne spricht, der darf von der Vergärung nicht schweigen. Das wird uns sicher auch noch unser Gastredner Simon Gerlinger vom BUND Berlin hinter unsere Löffeln schreiben. Und ja, ja, das haben wir auch im Blick. Denn wir wissen, kompostieren ist am Ende umweltschädlicher als verbrennen. Deshalb müssen wir vergehren. Mit der flächendeckenden Biotonne müssen wir gleichzeitig mit den Planungen für mehr Kapazitäten bei der Vergärung beginnen. Denn nur dann gilt auch beim Abfall. Bio ist besser. Liebe Freundinnen und Freunde, neben unserem Leitbild Zero Waste werden wir uns auch darum kümmern, dass die Parks, dass die Spielplätze und dass die Straßen sauberer werden. Wir wollen, dass alle, ob klein oder groß, ob jung oder alt, den öffentlichen Raum auch nutzen können. Und dass die Omas ihre Parkbänke haben und die Kinder ohne Bedenken in den Sandkästen buddeln können. Daher werden wir die Reinigung durch die BSR, der Parks und der anderen Ecken auch ausbauen. Aber dabei ist auch entscheidend, dass die Bezirke ihre bisherigen Gelder für die Parkplätze weiterhin haben. Und wir werden keine Sondereinheiten für Spezialgebiete schaffen. Die SPD nennt das Müllscheriffs. Nein, die brauchen wir nicht. Wir müssen in Berlin nicht Wilder Westen spielen. Das macht gar keinen Sinn. Wir werden und müssen die Umwelt- und Ordnungsämter weiter stärken. Denn die Bezirke und Kiez in Berlin, die sind so unterschiedlich. Da macht es keinen Sinn, von oben etwas aufzudoktrieren. Sondern wir müssen die Fachkräfte vor Ort verstärken und ausbauen. Denn ihr, ihr vor Ort, wisst doch am besten, was genau zu tun ist. Liebe Freunde und Freunde, bei uns Grünen hieß und heißt es immer, global denken, lokal handeln. Und ich sage euch, wer die Weltmeere retten will, wer diese Erde retten will, wer will, dass die Wale nicht mehr an Plastikmüll krepieren, Und wer sich keinen neuen Namen mehr für Plastikstrudel mehr ausdenken will, der muss heute, hier und jetzt beginnen, dem Kampf anzusagen und hier lokal zu handeln. Daher bitte ich euch, unterstützt unseren Antrag, nehmt einen schönen Schluck aus dem Mehrwegbecher und rettet die Wale. Prost! Applaus